Ey, ich geb dir gleich viel mit Winopi, was soll denn mit heißen? Guck mal, der eine schlägt einfach raus, ohne zu markieren. Stark! Ich hab ja noch ein paar Coins, kann ich raushauen. Ja, nehm ich, nehm ich. Ne, 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 gib mir die, der hat's nicht verdient, gib mir die. Ey, du bist doch gar nicht auf TikTok. Natürlich, ich geh live, wenn du willst. Nee. Aber wie heißt du das treue nochmal auf TikTok? Wo langst du mir denn? Hier. Äh, ich krispütschlü. Wie bitte? Ja, ich krispütschlü. Oha. Haha, wie? Warte, muss man gleich in Ruhe buchstabieren. Hahaha. Oh, unter mir ist Schmeiner. Ey, was ist denn mit dir nicht richtig? Ruhe. Ja, dann hol doch mal die Gegner unter uns. Kein Bock, die dir zu sterben. Hahaha, alter Bubu. Hahaha. Jo, hab einen. Das sind die anderen Maniacs. Sehr gut. Oh, ich glaub jetzt haben wir sie, hä? Mhm. Ja. Anja, Anja und Robots. Anja und Robots. Oha. Hau mal den Backen. Äh. Chris, Chris weiß ja wie man. Ja. Chris. Dann unterstrich. Dann unterstrich. G. U. L. C. U. Warte. G. U. L. C. U. L. C. U. Okay. Kühlschu. Ah. Meinst du Christopher? Hier wird einer Christopher angezeigt. Ach hier, ja. Ah, Andréos, 325 wird angezeigt. Jo, da bist du doch. Wär cool. Aber es hängt ein bisschen dein Stream bei mir. Ja, bei mir auch. Jetzt. Warte mal, bei mir wird angezeigt, instabile Verbindungen, oh man ey, ich hasse es, ich hasse es. Anschluss, hau mal ne Krone raus. Ne Käste meine ich. Ja, so viel Münzen hab ich jetzt auch nicht. Warte, wie viel hab ich schon. Ja, 18 Münzen. Ja, du kannst die 18 Münzen in ne Käste packen, dann kann ich die haben. So, bist du auch im Chat oder was? Ja. Hast du doch ne Bananen reingeschickt. Schön für dein Geschenk. Jo, kein Ding. Pass auf Destroyer, wir machen das so, jedes Geschenk, was ich geschenke, heißt, du musst mir so viele Winds holen, ja? Also wenn ich dir 20 Geschenke schicke, holst du mir 20 Winds, ja? Ja, ja, so seh ich aus. Alter. So. Gesundheit. nein ich bin nach oben gewonnen einmal schon quer durchs haus geraten weil ich sie nicht gefunden habe so gehen wir ich finde die kiste nicht jetzt nur müll nix gutes ich muss nebenbei noch leiden ich will aufpassen um ein modi ist da er hat sich eben schon beschwert wegen der bananen was ist denn an dem bananen wo die so schlimm geschickt ist das ist das schlimme es ist gestorben so muss ich aus den schluss schon jetzt nicht im haus kämpfen pushen pushen junge Destroyer komm mal mit jetzt Ey abgehoben her Ich fahr da hin um den abzuholen und er fliegt mir der Trex die Karre weg Wollen wir in den anderen Sprachschritt vielleicht Weil Dings da Geht uns aber nicht der steht nur Europa Ich hab schon geguckt Mein Gott wir gehen da rein dann hören wir uns irgendwie wie wir wollen Ja weil dann kann der Kollege uns vielleicht hören Jetzt ist er stehen geblieben Geblieben Ja hier ein geblieben Was? Warte mal. Voll ruhig auf einmal. Wir können mal in Nemo zusammen machen. Na kein Bock mehr. Ah ihr seid so, Kameradenschwein. Ich verlenkt schon die Unge. Digga, wo bleibt eigentlich das Danke von Chris? Oha, komm mal. Was hat der für Autos? Ich hab mich doch gerade im Live bedankt, wenn du nicht zuhörst. Ja, Live hab ich Ton aus. Hör mal auf dich die ganze Zeit zu stumm. Ich will hören wie du sappelst. Oha, die Dingser, die haben schon zwei Medaillons. Was macht denn meine Autos kaputt? Ich touch mit euch. Ja geil Digga, Reifen kaputt. Ja. Ja. Die Dingser. Ich hab hier in die Hölle. hallo die medallon spieler kommission doch dort gekommen einfach was autos weil er das medallon spieler ist ja ich lasse mich wieder alleine mit den ganzen ich könnte echt mal hilfe gebrauchen so langsam ich habe den noch überfahren man wir können zu runter krabbeln die hier freudigern ja du hast doch immer von mir weg damit ich mich ein gehen kann rennen einfach weg springt um dein leben oder so ok was lasst uns einfach hardcore abhauen warte ich habe mir gerade wie die rein ich habe übertreiben hast du es gesehen Sie ist hochholen. Ja, kein Problem. Die schießen schon direkt. Das ist der Hauptsache. So, ich habe jetzt all meine Münzen in seinen Livestream gesteckt. Justin! Siehste, 65 Münzen habe ich dir geschenkt, siehste. Vielen, vielen, vielen Dank. Ein Ding. Oh, shit, Medaillonspiele. Ei, ihr seid da hinten. Der ist vorne. Nein, da hat mich. Wo bist du denn? Fuck. Der ist voll low, Mann, ich habe ihn so gut verletzt. Ja, dann sind wir noch da hinten. Schnell, schnell. Der ist richtig schwach. Ich habe bald das Feuer einstecken sollen. Da liegen Kronen, Jungs, ne? Du musst doch holen. Alter, wie viele gelbe Kreise alt auf der Karte. Juhu. Sehr gut, schon mal zwei Kronen. Beim Ristapus, bei mir. Baaah. Na ja, mal. Hä? Jo, Dankeschön. Warum hat den Grad keiner gekillt? Hier war noch Karten, irgendjemand von uns. Hey, die Fliegenzone, wo Antioos gestorben ist. Nein, die sind direkt hinten. Ja, die haben mich schon gesagt. Die haben mich überfahren. Alter, die fahren alle mit Autos, Alter. Zu dritt, oder so. Jetzt wird's jetzt nicht wieder freuen, ja. Wieso ich? Ja, du liebst doch die Autos. Die fahren halt zu dritt, Alter, rum. In ganz der Kolonne. Die fahren mit Bot- und Boss-Autos. Das ist wirklich fucked die Autos, Justin. Jo, danke. Ja. Gehen wir schon. Ich hab dir schon länger tatsächlich. Okay. Hier, Mann. Warum hab ich ja eigentlich zwei Sturmgewehre dabei? Wie ist das denn? Ich will für der Flamme, ja. Ja, muss ich nicht immer bedanken. Alles gut. Ich hab das alles nicht selbstverständlich. Vielen, vielen Dank. Na, okay. Hast du auch recht. Digga, ich hab mir einfach eben die 65 Points aufgeladen für Destroyer. Hey. Ja, Mann. Oh, die kommt schon aus mir. Vielen Dank, Justin. Das ist kein Ding. Ey, die sind da. Da läuft einer. Direkt vor uns, ne? Huh. Hä? Von wo denn? Wurde geschossen. Ah, hinter dem Baum. Ach, der. Ja, und jetzt zieht der durch. Hat 23. So eine miese Ratte, ja. Ja, meine Coins hab ich ja alle durch Trugen gesammelt. Wir sind schon Level 16, sehr stark. Ja. Bei mir Gegner. Also direkt vor mir im Wasser. Nein, noch keiner da um. Nein, noch keiner da um. Oh, dear. Oh, God. Fuck. Was auch du? Wir lassen das mal weg, ja. Ja, Bro, lass uns mal weg, das Süd. Ey. Du, geh mal hin. Halb, ach, weg. Oh. Ja, Bischöf, jetzt wiederholen. Wenn es klappt, gerne. Noch nicht zu früh, Freund. Oh, die haben auch rebooted. Fuck. Jawohl. Nein, Justin ist down. Ja, in dem Sturm eigentlich ein 400er Ping hatte, starkes Game. Warte mal. Boah, schon 5er Ticks, fuck. Einfach nur Personen und eine Schmutzplüste. Jetzt geht's ab. So, Destroyer. Wir machen das gleich. Hoffentlich sterben die alle gleich an der Sohn, oder? Oh, deine kommt mit Gitarre rüber. Oh, ich glaube, ich glaube, die gehen, glaube ich, nicht rebooten, oder? Weil der Bus ist hier. Aber ich muss aufpassen, ich habe hier nicht so viel Money. Nein, die gehen, glaube ich, nicht rebooten. Hier, Schritte im Haus. Ja. Hier ist er. 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 Nein, 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 das ist so. Los, Andrius. Ja. Jawoll. Sehr, sehr stark. Geil. Digger, wie? Du hast irgendwie 1 HP oder so. Hä? Digger, ich dachte auch nicht, dass ich das schaffe. Das war echt mega Lack. Du hast ihm halt einen Headshot gegeben. Kann auch sein. Ja, nice. Bereit machen oder Lobby? Ja, bereit machen. Oh ja. Also, gute Nachricht. Heline ist wach. Wack geht's wieder wach.